Wir schauen uns eure TikToks an und immer wenn ich lache, muss ich am Rad drehen. Und dann gibt es einen Shot von dem, was gespillt wird. Zitronensaft, Sojasauce, Maggi, Essig, Jägermeister. Äh? Buh, der Gott! Schau mir einen Eimer für die Challenge. Erstes TikTok. Ich fand es fast lustig, weil ein Zuschauer von mir gelacht hat. Das ging aber noch. Just remember this. Violins told nothing. Nothing, nothing, nothing. Ich musste gerade wirklich fast lachen, einfach nur, weil es so oft wiederholt wurde, dass es einfach nicht mehr lustig war. Das ist das Ding! Digga, was war das denn? Warum lache ich? Es war so unlustig, Digga. Essig. Zwei CL. Großlieb. Es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Das ist viel ekelhaft, als ich dachte. Bro. Das war recht knapp. Ich weiß gar nicht, warum ich das lustig fand gerade, aber... Das war 99% fast lachen. When 2K lags. Boah, fand ich nicht schlecht. Fabo? Anwesend. Sag mal Ananas. Ananas. Deinos ist nass. Bro. Chat, wisst ihr, warum ich gerade so lachen musste? Ich musste lachen, wie er Ananas gesagt hat. Gönnt euch das. Sag mal Ananas. Sag mal Ananas. Okay, Fingers in. Okay, Seepo comes off. There we go. I'm gonna open the door, okay? 3, 2, 1. All the way down. I'm out. And I can escape. Two fingers. Sit down. Alter, ich war so knapp davor gerade zu lachen, ne? Das war so close. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Oh, 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 oh. Mutter, der Mann mit dem Kuchen ist da. Bro. Ihr müsst euch vorstellen, die, das sind Menschen, die leben, ein eigenes Leben, ne? Krusty in 10 Jahren, Krustys Vater. Oh, wie süß. Lustige Katze. Um, you forgot my shake. Und die? Shake the booty. Step on it, step on it, step on it, step on it, go. War nicht schlecht. Ich fand am besten eigentlich an dem TikTok am Ende die Expression, die war funny. Actually gut gewesen. Cool tricks if you have dogs. Hot and big. We're gonna take you one of the... Digga, ich hab diese... Ich hab das so oft gesehen. Warum schickst du Kühen Schlachtsaus? Damit es Döner wie immer mit schön saftig fleißen. Wie immer geht. Bro. Wie zum heiligen, klabauter Mann. Maaan. Ist das ein Schwein? Haa? Gute Konstruktion. Gute Konstruktion. Das ist ein Kind. Wo ist das ein Kind? Das ist ein Schwein. Maaan. Digga, ich lach doch grad nicht ernsthaft, weil ich denke, da drin ist ein Schwein. Maaan. Oh, bitte. Bitte. Ne, ich will eigentlich gar nichts davon. Es ist Zitronensaft. Für alle, die es nicht gerafft haben, Zitronensaft gleich Ketchup, weil ich hab vergessen, Zitronensaft zu kaufen. Aber darauf hab ich auch keinen Bock, actually. Iiii, warum ist das flüssig? Ich hab vergessen zu schütteln. Iiii. Es ist grad nicht lecker gewesen, actually. Aber es ist auf jeden Fall das Beste von den ganzen Sachen. Bro, CDF. Ich weiß nicht, was Sie sehen. Wir sehen schwarz. Bro. Ist das echt? Es war close. Es war echt close gerade eben. Es war... Ja? Oh Gott. Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's Glowberry! Fuck! Ne. Ja, das ist wirklich ein total biegsamer Schwanz, den du da hast, Bo. Das kann nicht sein. Freu dich lieber nicht zu früh, kleines Gepardenschwänzchen. Mama hat ja meinen Superschwanz noch nicht begutachtet. Der Superschwanz? Merken die nicht, dass das übelst komisch ist? Wir sind in einer Gewaltigkeit unterwegs, die jeder Beschreibung spottet. Das ist das mächtigste Teil, was es überhaupt gibt. Aber es macht Spaß. War nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen, war nicht schlecht, auch weil Held der Steine einfach so ein harmloser Mensch ist. Das hat's nicht unbedingt unlustiger gemacht, sagen wir es mal so. Es war schon gut. Was zum Beispiel siehst du da auf dem Bild? Ja, auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Vulva. Was ist eine Vulva? Ein Vulkan oder was? Oh nein! Ja. Ein Vulkan von oben. Er weiß, er weiß nicht. Das ist eine Furt. Du kleiner Frechdachs. Erwischt! Du hast doch kein Like da gelassen, obwohl dir das Video gefallen hat und du gerade eben gelacht hast. Ich hab's genau gesehen. Ich sehe ja alles. Achso, ein Abo solltest du auch mal da lassen, weil die Videos, die hier kommen, die werden jetzt regelmäßiger und immer geiler. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Let's go! Oh nein, das kenn ich. Also ich muss sagen, das war ultra stark. Can you hear me? Ja. Oh my God. Can you hear the sound of your own voice? Ja. Oh baby. Oh my God. I can call you on your cell phone now, baby. And you talk to my dad, but it's heavy on my face. Whoa. 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 Are you okay? Is that too loud? No, it's not too loud. It's a voice. It's annoying. You don't hear that? I have to hear this forever. Oh. Oh, don't be silly, baby. Oh, and there we go again, Doc. You know why this guy's smiling? Because he's probably deaf and he can't hear his wife's voice. Doc, please take your arm off. Help me. Please. Relax. Ich dachte, er ist krass, aber ja, okay, aber ich meine, wo er recht hat, hat er recht, ne? 100% geactet. Warum schreit er so? War okay. Alright, tell your joke. Why are you so funny? Why? Because? Er hat sich so gefreut, diesen Joke zu erzählen. Ist schon süß. My life be like... Oh, 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 oh. Bro, wie sieht er aus? Er sieht aus wie ein... Wo ist der Bart? Na den, den hab ich abgemacht, weil ich wollt mal wieder riechen. Richtig hot aussehen für die Chicks. Das ist, das ist auch kein Mensch. Das ist auch ein NPC. What would you do if you saw me at the red light and I honked my horn at you and we made an eye contact? Was, Digga? Warum lach ich darüber? What's up, baby girl? Mann, vor allem der Joke kam später. Ich lach einfach nur, weil das so dumm aussieht. Digga, mein Humor ist eh so kacke. Es bringt halt nix. Nee, schon wieder Sojasauce. Sojasauce. Ich krieg Gänse auf beim Gedanken an Sojasauce, Mann. Ich muss meinen Eimer bereithalten. Das ist ganz schlimm. Ah! Hm. Oh mein Gott. Oh. Das ist das ekelhaftste, was man trinken kann. Schlag dir einmal ins Gesicht. Und wenn du einmal wirklich da bist für mich, dann schläf ich dir ins Gesicht. Deutschlands Newcomer. Süß. Oh, ich muss gerade fast wegen dieses Android-Klingeltons lachen, Mann. Digga, was macht Gargamel? Warum steht da hinten ein Dieb? Und was ist er für ein NPC eigentlich? Was reimt sich auf Pfadfinder? Gib mir den Bus. Überall scheiße Kinder. Nee, also das ist wirklich... Das hat er nicht gesagt, Joy. Doch. Okay, also ich bin der Meinung, es gibt wirklich verschiedene Menschengruppen und Menschenarten. Wie kann man denn sowas kommentieren? Das war gerade wirklich unfassbar close, dass ich lachen musste. Diese MrBeast-Memes, ich habe alle davon geliked. Oh nein, nicht Krusty. Was ist das? Ihhh. T-Chan vs. Bro. Bro, das war close. Knossi kriegt Cola ins Gesicht. Oh mein Gott. Bäh. Mann, Unge ist so sympathisch. Oh mein Gott, ich stelle mir vor, wie das so ein Durchfall ist. Das würde ich so feiern. Malte schläge den ganzen Tag. Wer ist überhaupt Malte? Ich, was, warum? Nicht schon wieder Coco der Affe. Ich wurde gekoko der Affet. Ah. Das hier, dieser Moment gerade, der hat mich fast zum Lachen gebracht, der war nicht schlecht. Ist dein Kaffee da? Ja siehst du doch. Das ist mein Kaffee. Es war deiner gewesen, weil er mir jetzt gehört. Der ist irgendwas zwischen 12 und 30. So eine Hackfresse, ne? Das hast du jetzt nicht gesagt, ne? Ja doch, irgendwo muss ich die Hackfresse ja herhaben, oder? Nicht schlecht. Jetzt bin ich fertig mit der Welt. Na mach, was dir gefällt. Benjamin. Du kleiner Elefant. Mann. Ist groß und stark. Im ganzen Land. Aber so eine Mutter zu haben ist cool. Digga, ich sehe nur noch Clips von Hugo, wie er Mädchen-WG schaut, oder was auch immer. Und dann gehe ich in seinen Stream und er guckt wieder sowas. Macht er was anderes außer das? Hä? Bro. Was ist denn das? Excuse me, excuse me, excuse me. I'm sorry, I have a man. No, but I have a man. I'm not asking for your, like, I don't care. I want to know the time. What's the time? So I show you the time and then you ask me to get my snap. No, 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 but I know you want all of this, though. I said all of this, look at your face. You look like a man, fam. Are you sure you don't want my snap? Are you sure you don't want my snap? If I give you my snap, then will you love me? So you don't love me? So you don't love me anymore? Fast gelacht. Dr. Strange, when he ever he is home alone. Also, das war gerade wirklich, das war auch stark, muss ich sagen. Komm, das ist übelst funny. Was für MF, das ist ultra funny. Ja, das ist so true, Leute. Immer, wenn man mit seinen Eltern argumentiert, man recht hat. Nee, wir reden jetzt nicht mehr. Wir reden jetzt nicht mehr. Das war's jetzt für mich. Nee, du gehst jetzt auf dein Zimmer. Boah, Digga, also das ist wirklich eines der einzigen Normie-TikToks, die ich wirklich krank funny finde. Digga, wie guckt er bitte? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte sagt mir das, den jemand von euch checkt. Hope it's the moon. Weil das der aus Ich einfach unverbesserlich ist. Und der dem Mond stehen wollte. Digga, das war richtig, richtig strong. Ich muss sagen, das war auch strong. Das war, das war actually gut. Muss sagen, war stark, war stark. Ich hab fast gelacht. By the way, wie lässig er noch sein, ja genau, hier. Wie lässig er noch so seinen Arm rausmacht, Alter. Büro. Das war, das war gerade auch ziemlich knapp, weil ich glaube, das ist ein Troll-Account. Das war nicht schlecht. Jo Leute, jetzt kommt gleich Quiddy in den Shop. Drei, zwei, eins, null. Jetzt kommt Quiddy. Hä? Wieso sind Quiddy nicht drin? Ey man, epic. Das war nicht schlecht actually. Das war, das war auch stark. Peace Leute, ich bin's Emil. Ich bin's Tana. Und ich bin die dritte Prankbroschüre. Und heute essen wir Kichererbsen, ohne zu kichern. Bro, ich musste einfach nur lachen, weil ich daran denke, wie die Prankbros wieder irgendeine Burger-Challenge machen oder sowas. I got the stark for Christmas, but something seems strange. What? Was ist das denn? Ey, ich hab nur viermal gelacht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Mir ist so schlecht von dieser Sojasoße. Das war so eklig. Das war wirklich eklig. Das Video ist schon vorbei. Oh, ich kann die Tränen kaum zurückhalten. Schaut euch das Video an. Da haben wir uns eure Beichten angeschaut im Stream. Und wir sehen uns das nächste Mal im Stream. Immer 15 Uhr auf twitch.tv. Vielleicht hier an.